Ein Großbrand hält die Feuerwehr in der Hansestadt Rostock seit den Nachmittagsstunden am Mittwoch in Atem. Aus bislang noch unbekannter Ursache gerieten Müllhaufen auf dem Gelände einer Müllverwertungsanlage im Stadtteil Neu-Hinrichsdorf in Brand. Über 100 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sind seit 15 Uhr im Dauereinsatz. Der stramme Wind erschwerte zudem den Feuerwehrleuten die Arbeit. Bislang fiel eine Lagerhalle den Flammen zum Opfer. Eine zweite konnte vorerst gerettet werden. Laut Einschätzungen wird der Brand am Mittwoch nicht mehr zu löschen sein. Zu umfangreich ist er. Genauere Einzelheiten zum Feuer schildert jetzt Ralf Gesk, Einsatzleiter der Rostocker Berufsfeuerwehr. Der Recyclinghaufen hinter einer Verarbeitungshalle im Gewerbegebiet hier GVZ brannte in voller Ausdehnung. Die ersten Einsatzkräfte haben sofort eine Rückmeldung gegeben und wir haben massiv eine Kühlung der Halle eingeleitet, damit eine drohende Brandüberschlag verändert wird. Wir konnten das halten, indem wir das Dach gekühlt haben und die komplette Front. Wir brauchten massiv Löschwasser. Deswegen haben wir einen zweiten Einsatzabschnitt gebildet, Löschwasserversorgung, weil wir vom Gelände einen Löschteuch hatten. Und aus dem nachbarten Gewerbegebiet mussten wir Löschwasser hinzufügen, weil wir brauchen in großen Mengen Löschwasser, um Wasserwerfer und Schaumwerfer einsetzen zu können. Das sind Kunststoffe, die dort brennen. Wir haben auch natürlich geprüft, inwieweit wir durch die Brandgase gefährliche Stoffe haben. Wir haben eigentlich eine sehr gute Lage. Die Wolke steigt auf und verdünnt sich dort, dass wir eine große Verdünnung bekommen und eigentlich nicht unterstellen müssen, dass gefährliche Gase im Bereich der angrenzenden Bebauung runterkommt. Wir haben trotzdem Kontrollfahrten gemacht. Wir werden auch noch weitere Messfahrten machen. Aber erstmal hatte das nicht das Primat. Das Primat hatte Schutz der Produktionshalle. Wir haben aber die Hinrichsdorfer Straße gesperrt, die ausreichend breit ist und dort eine Riegelstellung eingerichtet, damit von dort aus die Brandbekämpfung des Buschwerkes eingeleitet werden kann und auch gleichzeitig verhindert wird, dass der Brand auf das weitere Gewerbegebiet übergreift. Wir haben alle drei Feuerwachen der Berufsfeuerwehr mit Spezialgerät hier vor Ort. Wir haben freiwillige Feuerwehren aus dem Stadtgebiet vor Ort. Aber zum Stadtschutz sind unsere starken freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte und Großklein da. Deswegen habe ich mich entschlossen, Amtshilfe aus dem Landkreis Bad Oberan anzufordern. Wir haben hier also die freiwilligen Feuerwehren des Amtes Rostocker Heide und der Stadt Bad Oberan im Einsatz. Wir haben zurzeit kein Kräfteproblem. Wir bereiten den Kräftetausch vor. Aber wir haben eine stabile Lage.